In diesem Video... Und machen fucking 24 Stunden Sweemen! Nee, wann denn? Kann ich nicht. Ja, ach so, aber ich? Ja? Er arbeitet 24, äh, 40 Stunden pro Woche. Ja, ja, ja. NEIN! Rides wieder klar, ne? So, wir spielen jetzt zurück zum Absender. Kann ich mir dann immer noch nicht den Stern holen? Oh. Also, wenn ich Kami würde mich echt aufregen, dass das so scheiße wurde. Ja! Naja, weil auch so wenig eingezahlt wurde. Weil die Hälfte gar nichts hatte. Ja. Ah, Rubin, das kriegt leider nicht hin, das Minigame. Also, Weertalk, das kriegt wirklich nicht hin. Ich versuch mein Bested. Ich versuch immer mein Bested, weil es wieder so richtig... Ich will, dass er dort drückt! Ich will, dass er dort drückt! Er drückt dort nicht! Du nutzloses Miststück! Drück dort! Alter, Rubin, ne? Ich kann das Minigame neu, ne? Das spielst du auf dem nicht! Es ist halt dem nicht! Aber guck mal, man fliegt direkt raus! Das wüsst du, wenn man einmal draußen ist, ist es weg! Was ist das für eine Kac... Ach, scheiße, Alter! Was, wir haben gewonnen? Ja, frag mal, wie? Ja, Leute! Ich konnte nicht drücken! Alter, ich hab gedrückt! Die sind nicht umgedreht! Ja, du kriegst noch Geld! Luigi, dir gebe ich auch noch Geld! Wir müssen jetzt... Wir müssen mich weiter runterquallen! Wir müssen mich weiter in die Ruin treiben! Also, hier im Spiel! Ja, weh ich! Ja, komm! Was glaubst du mir unbedingt, um die Scheißfelder zu machen?! Ich kann doch jetzt nichts mehr machen! Man, es sind nur noch drei Runden! Ja, dann gib dir Mühe! Ja, geh doch mit zu den Scharnstein! Hades, pfeift den Stern weg, vielleicht kommt der hier vor dir! Ich weiß nicht mal, wo der Stern ist! Ja, dann pfeif ihn weg, Mario! Der ist oben links! Der ist oben links! Der ist oben links! Alter, Hades! Was denn? Pfeift doch den Stern weg, dann ist das wenigstens woanders! Ich weiß das gar nicht! Ja, aber ich will raus hier aus dem... Der Mann will wirklich Stress haben, ne? Der würde mich wirklich leihen sehen! Ich verzweifle hier gleich! Das glaubst du, was ich hier verzweifle schon! Ich würde dir den 24 Stunden streamen gönnen und das Spiel will nicht! Ja, eben! Das ist das Schlimme! Ich bin nicht hergekommen! Also, über dir ist quasi der Stern ganz ober! Ja, Hades hätten ja wegblasen können! Aber er wollte ja nicht blasen! Hades! Nee, ich lass ihn nach oben! Dann vielleicht fall da kacke jetzt in die Lotterie! Nein, geh doch nicht in die Lotterie rein! Ich werd die jetzt verkacken! Ich werd dann die Nummer gewinnen! Hier, nicht auf dasselbe Rummel! Nein! Siehste, Leute, ganz geschillt! Alter, Glück gehabt! Ey, also auf das gleiche Los nochmal ne 1 zu setzen, ne? Das wär jetzt insane Betrug! Sorry, Jess! Ich könnte nochmal zum Schanz-Timefest kommen! Ja, Rubin! Bitte! Ich bin zu weit weg! Nein, Rubin! Das schaffst du! In zwei Runden noch, bitte! Du bist mir an! Zuliebe! Ich bin zu weit weg! Rubin, bitte! Ist mir egal, wie du tue es einfach! Ich bin zu weit weg! Ich bin zu weit weg! Schlawine! Oh nein! Oh doch! Hafi, musst du gewinnen, weißt du, ne? Naja! Bring den Bonus-Stern! Du musstet gewinnen! Ich schaff es sowieso nie! Kleiner Tipp! Bleib einfach am unteren Rand! Das meine ich im Ernst, ist das wirklich ein guter Tipp! Weil die Steine sind unten meistens, Jani! Nein, die sind wirklich nicht unten! Ja, ne! Auf keinen Fall! Oh! Hä? Hä? Wie? Jetzt werd ich nicht getroffen! Der labert, ne? Er wollte einfach nur gewinnen! Ich will nicht! Für 24 Stunden gewinnt er jetzt! Ich drücke nicht mal mehr! Ey! Das ist viel! Drück auf was! Ja, ich drücke ja schon! Wie? Ja, perfekt! War das? Weil er plötzlich aufgeteilt hat, zu drücken, dann hab ich quasi auch aufgeteilt! Wie keines Tool drauf interessiert! Ich hab' ich gesehen, wie er plötzlich den geweben ist! Ja, ich hab' auch nichts mehr gedrückt, weil ich dachte, Rubin schleißt dich vorbei! Ne, 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 ne! Wenn du nicht drückst, drück' ich hau nicht! Oh, ja, Leute! Warum? Ich weiß es nicht! Ach, ups! Ich hab' vergessen, den Ding zu benutzen! Schade! Alter, ich hasse dich schon, ne? Ja, voll schade! Oh, da fick' hartes Band! Hätte ich immer gerne! Oh, nein! Jetzt komm' ich auch noch weg vom Stern! Oh! Ist ja noch trauriger! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was geht, Christian? Hallo! Ich hab' das Skript neu extra so geschrieben, dass man jetzt nen anderer gewinnt! Ich hab' das Gefühl hat mir alle zugeschoben! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Cool! Ich leg' immer noch meine Hände in Taffy, ne? Ich leg' immer noch meine Hände voll in Taffy! Der muss das nur hier werden! Weißt du was? Ich könnte zum Stern gehen, wenn ich mich da klein mache, könnte mir nicht zum Schadensteinfeld kommen! Ja, Rubin, wenn du so schnell wärst! In Taffys Arsch schiebst du deine Hände? Warte mal, ich kann was anderes probieren! Taffy Arsch schiebst du in deine Hände? Was? Wirst du denn eher anders da rumheißen? Rubin, warum?! Ich wollt' mir jetzt doch wohl verkohlen, oder? Nee, ich hab' nen Plan! Ich will beim was ausprobieren, ob das funktioniert! Du kannst kein zweites Item benutzen! Ja, aber wenn ich da eins würfel, dann kann ich vielleicht, äh, doch noch! Ich bekomm' sowieso nicht die 20 Münzen voll! Ich krieg' leider hier nen Rage-Crit-Vorstum! Und je nachdem komm' ich dann zum Item und kann dann vielleicht ne Hundemünze, also ne Pfeife kaufen! Die Hundemünze! Ja, Hundemünze! Ich krieg' sowieso nicht mehr die 20 Münzen voll! Ich krieg' auch meine Nerven nicht mehr zu Ende! Ich auch nicht! Das Spiel, das raged mich von oben bis unten! So, jetzt würf' ich... Wenn ich mal gewinnen will, dann... Oder 10? Das ist halt der Rubin, ne? Ich verkrafte das alles nicht mehr! Ich verkrafte... Ah, Rubin, kommt auf! Kampffeld! Oh mein Gott! Das Geld kann sich nur ändern! Aber ich hab' da kommt auf dem Kampffeld? Ja! 50 Münzen und dann krieg' Taffi, weiß ich nicht, ne? 120 Münzen und hat mehr! Siehste! Ich hab' euch noch geholfen! Komm! 50, 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 50! Gib' Ehre! Nein! Ich hasse dich! 65 reicht einfach nicht! Deine Glücksspiel, komm! Ja, komm! Komm, lass! Lach' ich auch! Also ihr sagt, ich würde sowieso nicht diese 20 Münzen bekommen! Aber ich würde in der Nähe von Itemladen und, ja, Schornstein kommen! Aber ich bin ins Battlefeld gekommen! Also Glücksspiele, ne? Die können süchtig machen und bei mir haben sie grad das Gegenteil bewirkt! Also die 100 Münzen aus dem Ding, das hat mich richtig gekillt! Meine Farbe hat geholfen! Ich nehm' wo meine Farbe! Ich nehm' wo meine Farbe! Ich nehm' wo Christian gewinnt! Komm' den Rot! Nein! Das ist meine Farbe! Ich muss nur so scheiße sein! Rot ist nämlich die Loserfarbe! Und Rot lässt mich jetzt in die Walachei sprengen! Komm! Haha, Spie, du bist so witzig! Ich bin fein raus aus dem Schneider! So, jetzt verliere ich! Haha, das ist dein Ernst! Ja, Andron, ihr müsstet überleben, ja? Ihr müsstet mal kurz überleben! Ja, ich geb' doch nur mein Bestes! Oh Gott! Ja, ich nehm' wieder meine Farbe! Ja, meine Farbe ist weg! Warte nimm' ecke! Warte, es explodiert eben? Weiß, ne? Weiß wird's also nicht sein! Robin, bitte! Bitte nicht! Nein! Robin! Ich hab' gesagt, ich nehme meine Farbe! Nein! Tafi, nimm' Lila! Tafi, bitte! Also, nimm' jetzt grün, weil grün ist definitiv raus! Ja, ich hab' voll grün zu nehmen! Ich hab' voll grün zu nehmen! Ich hab' voll grün zu nehmen! Bitte, ich bin... Oh! Okay, was wird explodieren? Jetzt nimm' das! Was wird explodiert, ey! Ja, was denn? Grün oder... Gelb oder lila? Was ist am nächsten an grün? Äh, an rot? Ja, gelb! Oh! Schade! Immerhin, nur Zweiter! Was ist das für ein cooles Spiel, ey? Mario Party 4 hat mich gebrochen heute! Am heutigen Tage! Äh, bei... Dich? Dich hat's gebrochen? Ah, übel! Du musst kein 24 Stunden streamen machen! Sag das noch nicht so laut! Ich hoffe das! Aber... Du kannst dann ja auch, wie sie gesagt, 12 Stunden machen! Ja, kann ich trotzdem mal... Ich... Ein! Ich hab' einfach nie die Zeit dafür! Ja, so bin ich gehabt! Du hast doch nicht so lange die Zeit nicht! Du hast doch nicht so lange die Zeit nicht! Urlaub! Ja, vielleicht hab' ich was auch an meinem Urlaub zu tun! Vielleicht bin ich nicht da! Nee, bist du da! Ich darf auch mal irgendwo im Urlaub mal woanders sein! Nee, darfst nicht! Doch, darf ich! Alles! Du hast nie Urlaub! Du hast... Deine ganzen Tage sind Urlaub! Du könntest mal 12 Stunden streamen machen! Gönn mal deiner Community einen 24 Stunden streamen! Ach, wenn die mir... Ja! Taffi, du weißt Bescheid! Ja, ich weiss Bescheid! Boah, wieder der geile... Oh, das geile Häuschen, ne? Finde ich schon attraktiv! Komm, nochmal nach oben, dass ich nochmal ein Chance-Time-Ding hab! Dass ich nochmal vielleicht 100 Münzen kriege, damit ich gleich weinen gehen kann! War jetzt ein spitzen Spaß, ne? Och, ne! Taffi, ich komm mit! Komm, Lotterie! Oh, ne! Nicht Bowser! Ja, ich mach einfach Lotterie, weil... Wird sowieso da nehmen ihn! Hier sterben! Gott sei Dank, ey! Alles gut, Taffi! Ich hab... Ich weiß, was ich hier tue! Nee... Deswegen hast du mit 100 Uhr plötzlich 100 Münzen bekommen! Ja, also... Die 100 Münzen waren... Und drei Sterne! Ja, aber drei Sterne wurde mir zugeschmissen! Ich sag nur Rubin! Oh, ich komm auf ein Chance-Time! Mmh! Taffi verliert einen Stern! Ja! Ich hab einfach Schatz-Time! Du hast gesagt, ich soll das machen! Hat schon... Irgendjemand auf dem Discord darauf hier antwortet? Ich hoffe nicht! Ja, das hat Flo sich schon gefreut! Äh... Flo ja immer! Und Niki war auch glücklich darüber! Oh, du hast nur... Du stinkst geschrieben, Ehre! Ja, ich weiß! Wäre jetzt so belastend gewesen! Ach, jetzt tut keiner Start, weißt du? Wenn ich jetzt mal kurz... Alles klar, Leute! Dann weiß doch, wer das nimmer macht! Weil derjenige war grad abgelenkt! Ach ja, ich muss ja nix drücken! Ich muss ja nur warten! Rubin, ich nehm X! Okay, Hades, ich komm mit! Ich mach zufällig! Ich geh oben mit X! Ich drück jetzt irgendwelche Tasten! Nein, mach zuerst bitte X! Nö, ich drück jetzt irgendwelche Tasten! Drück X! Was hat er gesagt? Ja, geht doch! Ehre! Scheiße! Ich weiß nicht, wo Tafi ist! So, jetzt drück ich wieder irgendwelche Tasten! Mal sehen, was ich jetzt nehme! Oh, ich nehm A! Ne B! Komm, sei Tafi drin! Alter Tafi! Kannst du jetzt keinem erzählen, oder? So, ich drück jetzt wieder irgendwelche Tasten! Ich drück wirklich einfach nur Tasten! So, und? Was nehm ich jetzt? Das geht jetzt nicht! Nein! Nein! Tafi! Ich hab irgendwelche Tasten gedrückt! Ja, Tafi hat mir wieder... Ich kann das alles nicht mehr! Tafi, ich bin noch mehr Geld... Mhm! Und vor allem den Münch... Du wirst den Mini-Spielstern, ne? Obwohl, bei dir sind's auch Punkte! Wir können nicht noch biegen! Ich glaube nur noch eine Runde, oder? Ist doch schon fast die letzte Runde, ne? Ich glaube ja, ne? Oder war das jetzt schon die letzte? Ne! Zwei Runde noch! Okay, Tafi, da kann sich nur alles ändern! Nimm noch bitte wie ein Hund, bitte, Hades! Tu es einmal zuliebe für mich! Soll ich? Ja! Wirklich! Wenn er von mir kommt... Ich hasse diesen Bengel! Das ist doch richtig asozial gerade, Alter! Warum? Das ist normal bei Hades! Warum? Ich weiß, aber das sei jetzt gerade besonders schlimm, Alter! Der Herr Stern hätte ja auch von mir kommen können, weißt du? Dann hätte ich den genommen... Hätte ich den nehmen müssen! Aber nein, Hades denkt sich, lieber's... Der gibt keinem ne Chance! Tafi, was war denn daran sieht so schlimm? Komm, geh jetzt wenigstens in meinen Lotterie! Ich hab gleich mit Tristia... Äh, mit Tristia... Nein, der bist doch Rausa! Bowser! Ja! Oh, dann verkack ich extra! Komm, Bowser, 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 Bowser! Ja, der richtige! Nein, du kleiner Essliga-Bengel! Oh, ich hasse dich und deine Verwandtschaft! Ey, kommt noch einmal der richtige Bowser? Also ich sag' euch... Der Typ bekommt noch... Der Typ hier, der bekommt noch einen Stern für Pechfelder! Der ist jetzt dreimal auf diesen scheiß Bowser-Felgen gelandet! Und dreimal hat er nur Geld verloren und kein Bowser erschienen! So unwahrscheinlich ist das, ne... Oh, Rubin, du kannst den... Oh, du hast kein Geld! Rubin ist halt scheuzy! Ja, ich merk' schon! Rubin braucht mal Geld! Ich hab auch Kamin nicht hier gewonnen! Ich komm sogar nach da oben! Oh, aber Rubin, jetzt geben wir dir Geld! Wir müssen auf nen Kampffeld! Rubin braucht Geld! Wo ist das nächste Kampffeld? Wo ist dieses scheiß Kampffeld? Da! Du brauchst, warte, ne... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, ne 10 schaffste! Doch! Nein! Taffi! Nein! Da reicht das vielleicht doch! Lauf einfach da hin! Warte mal, geh mal auf die andere Seite! Warte! Warte, 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 warte! 1, 2, 3, 4, 5! Das reicht! Das reicht! Das reicht exakt! Das reicht exakt! Das reicht genau! Alter Taffi! Rubin, du musst jetzt gewinnen! Also wenn schon, denn schon! Wenn schon, denn schon! Komm, 50 Münzen! 50 Münzen! 50 Münzen! 50 Münzen! 50 Münzen! 50 Münzen! Ja! 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 Das ist auch gut! Okay, wir brauchen irgendwas, wo Rubin gewinnt! Wo gewinnt Rubin? In den Hundespiel! 100%! In den Hundespiel! Ich, ich muss ernst spielen, oder? Ja! Wir müssen alle ernst spielen, sonst wer hat Betrug! Auch Hades muss ernst spielen! Der spielt immer ernst! Der spielt sowieso ernst! Der spielt immer ernst! Der spielt sowieso ernst! Der ist ernst! Wir sind in Umarmung! Ja, ich muss ja auch ernst spielen! Dementsprechend muss ich aufpassen! Ich bin echt! Wie allsozial, Alter! Rubin, jetzt darfst du... Jetzt liegt auf dir ne große Last, ja? Ich weiß! Aber du musst es gewinnen! Ich bin echt! Deswegen schubst du mich auch Hades durch die Gegend! Ich bin echt! Alter! Ich schubst gleich Hades durch die Gegend! Ey, Hades! Hör mal auf! LOL! Ja! Ja! Hades, du kleine Sau! Du hast diesmal mich hier verdammt! Wir haben aber gesagt, ernst spielen, ne? Wir haben aber gesagt, ernst spielen! Ja, ich hab... Hades hat... Hades hat geschubst! Und ich hab geschubst! Jetzt bleib ich jetzt stehen und guck, wo der Hund hin will! Also Karma kann man ja machen, hier so, ne? Schubsen geht ja! Ey, stein! Gut, Hades, dass du's verkackt hast! Boah, ich bin gefangen! Dann will ich nicht gefangen sein! Jetzt bin ich ja richtig gefangen! Ja, gut, okay! Ist auch nicht so schlimm! Aber Rubin reicht! Ja, easy! Alter, Rubin! Gönn dir den Stern! Oh ne, warte mal kurz! Darf ich eins würfeln? Ne, weißt du was? Oh nein! Ja, jetzt ja! Hades! Hm? Du hast mich doch lieb, ne? Nö! Bitte! Hades! Tu es einmal nicht! Weißt du, du... Du wirst es nicht tun! Die Hunde pfeifen! Die Hunde pfeifen! Ich... Küsse dich, Hades, wenn du's nicht tust! Okay, ich küsse dich nicht, wenn du's tust! Also... Okay, jetzt mach ich's extra, weil du mich nicht küsst! Mann, denn ist es mir egal! Gib dir alles, wenn du's nicht tust! Boah Tavi, wieviel soll ich rausschneiden? 100 hoch? 200? 300 schon! Alter, hallo! 100! Ich tust dich! Na, easy! Ne, ist der Spenden-Swim! Warte, muss ich aber vorher noch von meinen Leuten eingreifen! Dass ich dir das spenden kann! Weil du B musst du mal drücken, ne? A! Ach, A! Sorry! Oder B? B! Ich habe B gedrückt! Hä? Ne, A! 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 Wie ich weiß! Ja, ja, ist A! Verarschen nur ihn! Ah ja, okay, doch! Hier, ich seh's gerade! Boah! Kai ist ein bisschen sehr unerwartet! Ja! Unerwartet wie deine... Oh, lol! Ich hab... Bin ich dumm! Das ist gut! Ich hab B gedrückt! Warum hast du B gedrückt? Ach! Ja, Rubin! Warum hab ich B gedrückt? Ich weiß es nicht! Da hast du den gedrückt! Ja, es kam gerade unerwartet! Ich hab gedacht, das kommt nichts! Ja, ich hab B gedrückt, weil... Ach! Ich weiß es auch nicht, weil ich dumm bin! Ich hab's einfach... Verjessen! Ey, GG! Ihr B, ne? Leute! Arsch mich! Oh! Diese Ass ist ja jetzt gewesen! Oh, richtig! Alter! Alter! Wir sind gleich wieder auf! Ihr macht mir fertig, ey! Ey, Taffi, wollen wir nur stehen bleiben? Oh, Junge! Ich kann das alles nicht mehr! Digga, die gewinnen jetzt echt noch! Nein! Was? Hallo! Komm jetzt! Komm, komm, komm! Oh mein Gott! Junge! Holy Shit! Das Ding ist, das kostet ein Zebra von uns beiden, glaube ich, nicht mit Absicht! Nee! Bei mir war es auch nicht mit Absicht, die ganze Zeit zu verkacken! Ich hab irgendwie das nicht hingekriegt, in dem Moment zu drücken! Aber komm! Ich hab gedacht, da kommt gleich nochmal aus! Ey, ich bin zufrieden, ne? Der Mini-Spiel-Sterne kann schon mal nicht mehr mir gehören bald! Nein! Nein! Mein harte und ehrenvolles Stück Maggi-Junge! Okay, ich hab's versucht! Jürgen, das Rubin gewinnt, Alter! Ja, irgendeiner! Denn hier wimmst du doch selber! Und machen fucking 24 Stunden streamen! Äh, wann denn? Kann ich nicht! Ja, ach so, aber ich? Ja? Ja, arbeitet 24, äh, 40 Stunden pro Woche! Ja, ja, ja! Nein! 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 Kann ich bitte so wenig würfeln, dass ich nicht da hinkomme? Stimmt, warte mal, kann hier einen kleinen Pilz benutzen? Dann komme ich ja so oder so nie hin! Gut, dann私... do hin, dann müssen wir schon gerne spielen! Ja, nee, nee... Doch, doch, doch. Würfel ich denn eine 1? Wartest wenn ich mit dem Pilz vielleicht was anderes haben möchte? ich muss jetzt hoffen dass ich wirklich das wäre wirklich das wäre uffällig wenn ich jetzt den kleinen pilz verwende ich kann nicht wissen was soll das jetzt schade müssen wir noch mal spielen nein spaß jetzt Taffy ich kann nicht will nicht witzig da unten solltest du jetzt nicht hinkommen nein weil es ganz schlecht ja ist es auch bei mir nicht wenn ich gewinnen soll ja naja weil bei so unwahrscheinlich vielleicht sollte es mal langsam mal bowser kommen wenn jetzt kommen ihre bowser bowser kleiner niederträchtiger bengel weißt du das ist die letzte runde kann das sein ja ich darf die kleinen pilz nicht verwenden nur deswegen ja oh mein gott trotzdem wird es super knapp aber wir stehen schon mal noch mal die schöne villa ich kann nicht mehr Taffy das merkt man doch ich will einfach dass ich verliere in dem game oh gegen mich oh Taffy du gewinnst aus aber ich werde ernst spielen ja ich weiß aber du kannst nie gewinnen du musst von uns wegflüchten aber guck mal unsere maschinen an und guck mal wie groß das Feld ist also gar keine Schnitte ich hab noch nie mal ne Ahnung wie man das bewegt ja ich auch nicht mehr ich hoffe mit der Steuerung hast du die W auf B oder L R? hä? weil das nicht mit geradeaus drückt? ja geradeaus ja siehste nö da passiert einfach gar nichts mit A und B hä? oh lol ne mit B gehst du rückwärts hä? was? ich check's nicht A gedrückt halten mit A gehst du rückwärts mit B gehst du rückwärts? ach sooo gedrückt halten na was macht Rubin da ach so gedrückt halten Alter wie knapp ist das dann bitte Junge was ist das für ne Sche- also die Steuerung ne ist weird Alter was ist das Leute was macht die Banane die Goldne Alter Rubin ha ha ach jetzt sammeln die Banane ein los Christian ja jetzt sammeln sie ja schon ein oha oha auf Tafi drauf du Junge ich kann nicht steuern das scheiß Ding wie steuert man den Alter kriegt den die Macke mit diesen Kack-Abo-Ding ich hab tatsächlich echt die Steuern nicht drauf ne ey GG ich wurde von euch festgehalten ich kann mich auch nicht mehr bewegen Alter Tafi du kannst jetzt nur gewinnen komm du brauchst du zwei Sterne musst du jetzt du musst du irgendwie zwei Sterne bekommen Alter ey Tafi doch vielleicht vielleicht du musst doch nur einen Stern haben ne warte mal ne ne jetzt weh er muss weh wegen dem Geld er hat mehr Münzen natürlich scheiße stimmt wenn ich den Münchstern noch bekomme ja was schon sagen ne 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 er guckert alter kann das alles gewinnt mit sechs sternen über 90 münzen am anfang so scheiße für mich aus wie knapp muss mit dem mini spielstern gewesen sein bitte ich will mir jetzt mal kurz die stats anschauen ja warte ich weiß wie man was man drücken muss dafür das ist so betrug was so viel 153 habe ich gemacht wo denn ja indem du doch dein münster los gemacht hat erzählt aber nicht als mini spiele sind die mini spiele ich habe übelst viele verschissen immer weiter immer weiter immer weiter ich habe drei stelle fällt ich verlasse den raum wir sehen uns nächstes mal wieder im letzten brett auf wiedersehen